ARD Text im Auftrag des ZDF Da ist ein Pferd. In deinem Haus. Du schläfst da. Ich bleib sicher nicht hier. Na gut. Wenn du rausgehst, bleibt die Tür bis morgen früh zu. Ja. 50% aller Cowboys waren schwarz. Sogar der Lone Ranger war schwarz. Wer ist der Lone Ranger? Echt jetzt? Bringst du dem Jungen irgendwas bei? Die Geschichte geht weit zurück. Wir sind der wilde Westen. Ich kenn dich. Du bist Hauptsohn, oder? Dein Daddy hat Regeln, an die du dich nicht hältst. Ja. Jo, was machst du da? Du willst das Leben auf der Straße kennenlernen? Dann kannst du nicht in meinem Haus wohnen. Wenn du zur Vernunft kommst, darfst du wieder rein. Wann darf ich wieder rein? Ich hab hier kein Zuhause. Ist deine Entscheidung. Du bist allein hier draußen, Mann. Ich will meine eigene Kohle machen. Und ich verschwinde von hier. Bist du dabei oder nicht, Bro? Hat dich die Schwarz über Nacht zum Mann gemacht? Ich bin dein Vater. Du bist nicht mein Vater. Du bist vielleicht ein Vater für alle anderen da draußen. Wieso hast du mich, Mann? Ich war wie ihr Mann. Was erwarten die denn? Was für Erwachsene sollen wir werden? Wenn wir unser ganzes Leben unter Verfolgungswahn leiden? Ich hab noch was für dich. Wie sehe ich aus? Wie ein echter Cowboy. Früher hat man gedacht, ein Pferd einzureiten bedeutet, dass man den Willen des Pferdes brechen muss. Die einzige Art, wie man seinen wahren Geist zum Vorschein bringt, ist durch Liebe. Für seinen Traum muss man keine Scheiße bauen. Bro, was ist denn los? Die Stadt entschied, dass man keine Pferde mehr braucht. Beschessene Diebe! Nimm ernst, Mann. Wie kannst du uns das antun? Wir leben hier. Wer wir als Gruppe sind, das können sie uns nicht nehmen. Und was machen wir jetzt? Wir machen, was wir immer machen. Wir reiten. WTF? Werに raus? wasen wir auch in einemironen Glück unchanged, aber dann werden wir langsam vorher themher, Wir denken an, was ich denn? Wir sagen uns nicht. Die haben wir klar waren! Vielen Dank.